Oh Mann ey, von dem Jahr noch übelst hier durch den Wald geblättert, wie so ein geistesgestörter Irrer. Jetzt laufe ich hier wie mit Arthrose und 75 Jahren hier durch den Wald auf dem Wanderweg und genieße die Landschaft und mache darüber auch noch YouTube-Videos. Dicker, was ist mit mir passiert? Richtiger Absturz. Obwohl so eine Enduro-Waffe, mit der du mal ungestört hier durch den Wald ballern könntest und springen könntest und fette Trails fahren könntest, wäre schon eigentlich eine richtig geile, heiße Sache. Naja, mal gucken, was in der Zukunft so passiert, Freunde. In der Zeit mache ich halt ein paar Wald-Vlogs und gehe ein bisschen mit euch spazieren, weil ihr wisst ja, YouTube-Money muss weiterfließen, deswegen müssen irgendwelche Videos produziert werden. Nimm es mir nicht übel, ist aber so, ich muss ja irgendwie Geld verdienen. So ist es nicht. Spaß beiseite, Freunde. Yo, YouTube, was geht ab? Enduro-Rules ist mal wieder am Start hier für euch. Mit einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht es gut. Und diesmal passt wenigstens auch der Name Enduro-Rules. Hier haben wir eine unglaublich geile Enduro-Waffe im Bereich E-MTB. Und was soll ich sagen, Freunde? Ich weiß, es widerspricht sich jetzt die ganze Vorstellung mit dem Statement, was ich in dem letzten Fahrrad-Vlog oder vorletzten Fahrrad-Vlog, ich weiß es gar nicht mehr genau, gesagt habe, weil ich gemeint habe, dass ich eigentlich mir keinen Fully kaufen möchte und auch kein E-Bike kaufen möchte. Ist natürlich jetzt ein Widerspruch in sich, wenn ich euch das Bike hier jetzt präsentiere. Aber ist mir auch komplett scheißegal. Ich kann auch dazu stehen, beziehungsweise ich stehe auch dazu, wenn ich mal was sage und es dann irgendwie mal eine gewisse Zeit lang später widerrufe, weil ich meine Meinung geändert habe. Jeder kann seine Meinung ändern so. Und ich habe es einfach genutzt, die Möglichkeit, ich habe noch eins der letzten deutschlandweit irgendwo gefunden. Und zwar handelt es sich um ein Cube Stereo Hybrid 160 HPC Action Team, meine Damen und Herren. Ich erkläre euch erstmal kurz die Bezeichnung. Wieso 160, also Cube Stereo 160 Hybrid, weil hinten 160 Millimeter, das würde ich schon sagen Meter Alter, Federweg vorhanden ist. Das gleiche Modell gibt es halt nochmal als 140er mit ein bisschen weniger Federweg vorne und hinten. Wenn du das 160er hast, hast du hinten 160 Millimeter und vorne 170. Beim 140er hast du vorne 150 und hinten 140. So viel mal dazu. Action Team, die Bedeutung ist einfach nur wegen der Lackierung, wegen dem Design. Und HPC ist alles eine Frage des Materials. So, und zwar komme ich gleich mal dazu, Überleitung vor der Wind. Wir haben einen Aluminium Hinterbau, also Aluminium Schwinge und Hinterbau und einen Vollcarbon Hauptrahmen. Man hört es natürlich auch klanglich, wenn ich jetzt hier am Hinterbau klopfe und jetzt am Rahmen oder hier oben. Alles Carbon, meine Damen und Herren. So, ich bin einfach stolz wie Bolle. Es macht unglaublich viel Spaß, damit zu fahren. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Also erst habe ich auch gemeint, ich brauche kein E-Bike. So, warum, Dicker? Und hier und da, bla, so. Aber das Ding, das Ding von den Komponenten und vom Optischen. Okay, optisch ist natürlich alles eine Geschmackssache. Aber das Ding ist von den Komponenten hier einfach nur der absolute Traum. Ja, aber dieser absolute Traum hat natürlich auch seinen Preis mit über 6.000 Euro. Mit dem Kiox Bordcomputer, also dem kleinen praktisch, sind wir bei 6.249 Euro. Und mit dem Neon, was einfach ein bisschen größer ist, bist du bei 6.500 Euro. Also aufgerundet 6.500 Euro. Das ist natürlich schon ein sehr, sehr stolzer Preis. Ja, ich will euch erstmal, bevor ich zu den ganzen anderen Komponenten noch komme, euch zeigen, was ich bis dato verändert habe. Bevor ich dazu komme, was ich alles verändert habe, aus diversen Gründen verändert habe, nicht aus Langeweile oder irgendwie Optikgründen, sondern hauptsächlich, weil es einen Hintergrund hatte, weil mich irgendwas gestört hat, komme ich erstmal dazu, dass wir auch noch nicht nur einen Carbon Hauptrahmen haben, sondern Carbon Felgen am Start sind, ein Carbon Vorbau und ein Carbon Lenker. Das erklärt natürlich auch noch ein bisschen besser den Preis vom ganzen Bike. Und genau, was ich verändert habe, bevor ich jetzt noch zu den anderen Komponenten komme, die ja auch natürlich ein absoluter Traum sind, haben wir hier ODI-Griffe. Ja, so wie auf meiner KTM, auch hier auf dem Mountainbike ODI-Griffe. Kann ich jedem nur empfehlen. Vom Grip her, ist sogar Troy Lee Designs. Einfach vom Grip her unglaublich gut und auch von der Haptik her unglaublich gut. Da haben mich die Cube-Griffe ein bisschen gestört, weil die ein bisschen zu hart waren und ein bisschen zu rutschig waren. Deswegen kamen hier die ODI-Griffe ran. So, dann, man hat es wahrscheinlich schon gesehen, oder sieht es immer noch, ohne jetzt groß schauen zu müssen, habe ich von Riesel Designs ein Mudguard hinten verbaut und ein Mudguard vorne verbaut. Schaut optisch jetzt natürlich farblich nicht unbedingt 100%ig stimmig aus mit dem restlichen Design. Aber das waren einfach die schönsten, die ich gefunden habe. Und dann habe ich mich doch dafür entschieden. Und ich finde jetzt, so verkehrt schaut es auf jeden Fall nicht aus. Wenn man jetzt so guckt, ist es auf jeden Fall eine hübsche Angelegenheit, würde ich jetzt mal dezent behaupten. Passt doch ganz gut. Was auch noch geändert wurde, Freunde, beziehungsweise ran gebaut wurde, sind diese Pedale. Rainbow-Look ist nicht jedermanns Sache, klar. Aber ich persönlich finde die echt cool, vor allem leicht. Neupreis, oder halt Preis allgemein, sind 30 Euro für insgesamt sehr hochwertige Pedale, wo man sogar hier oben die Stollen, nenne ich es jetzt einfach mal, wechseln kann. Und leicht sind sie auch. Also die sind nicht schwerer als Kunststoffpedale, obwohl es Aluminiumpedale sind. Und ich musste die praktisch ran bauen, beziehungsweise musste sie mir neu erholen, weil im Lieferumfang ist ein bisschen traurig, keine dabei sind. Weil für den Preis hätte ich schon erwartet, dass man wenigstens mal so 30 Euro Pedale mit dazu packt. Aber okay, ja, jede Firma muss das machen, was sie für richtig hält. Kann man nicht dran rütteln. So, ist halt nun mal so. So, und das war es schon. Mehr habe ich nicht gemacht und mehr habe ich auch nicht vorzumachen. So, weil, okay, vielleicht irgendwann mal auf Tubeless umrüsten, weil Tubeless Ready, ja, schon am Start ist. Das heißt, falls ich meinen Platten haben sollte, und ich hoffe, es dauert noch ein Stück, dann werde ich auf Tubeless umrüsten. So, jetzt kommen wir mal zu den ganzen Komponenten. Und zwar, Freunde, nicht erwarten, dass ich hier das Know-how des Jahrhunderts raushaue, weil, wie gesagt, ich bin kein Experte in Sachen MTBs und auch nicht in E-MTBs. Bin ich auch kein Experte. Aber ich sage mir einfach das, was ich weiß. Und falls ich was vergesse oder falsch sage, dann korrigiert mich in den Kommentaren. Wir haben hier eine Shimano 12-fach Schaltung, Diode XT, also Diode XT Schaltwerk. Diode XT Hebel oder Armaturen, die wirklich sehr, sehr geil sind, sehr, sehr schnittig und sehr, sehr geil. Lassen sich sehr, sehr gut bedienen und fühlen sich super, super an. Die selben sind auch auf meinem Hardtail. Also ich bin für uns, die ja auch hier am Start sind, weil die wirklich, ja, einen sehr guten Job machen. Sind auch verstellbar, wie gesagt, mit dem Rädchen hier und genauso wie mit dem Rädchen hier. Kannst du alles noch schön einstellen. Super, super. Und vor allem sind das Einfingerhebel, was ich persönlich geiler finde als Zweifingerhebel. Dann muss ich jetzt mal kurz rumgehen, dass man es besser sieht. Haben wir hier eine 203 mm Bremsscheibe vorne, aber auch hinten. Also brachial. Das sind, soweit ich informiert bin, da kann es sein, dass ich mich jetzt irre, Shimano Ice-Tag. Welche Materialien genau verwendet wurden, das kann ich euch gar nicht sagen, will ich auch gar nicht, weil bevor ich hier was Falsches sage, lasse ich es lieber. Auf jeden Fall zwei Komponenten-Bremsscheibe von Shimano, 203 mm, vier Kolbensattel vorne und vier Kolbensattel hinten. Auch Shimano Deore XT. Hier sieht man es, glaube ich, am besten. Genau. Und ich kann euch nur so viel sagen, also zur Pitbike-Zeit waren meine Bremsscheiben nicht größer. Deswegen, also die packen unglaublich gut zu. Das Bike wiegt ja knapp über 24 Kilo. Deswegen brauchst du auch natürlich Bremsen, die eine gute Kühlleistung haben und die auch gut zupacken können. Und das ist auf jeden Fall hier vorhanden. So, jetzt kommen wir, ja, ich würde sagen, fast zum Herzstück des ganzen Bikes. Damit meine ich jetzt nicht den Motor, der ist auch ein Herzstück, aber das Fahrwerk ist auch ein Herzstück. Also, du kannst kaum ein besseres Fahrwerk verbauen. Wirklich. Es ist unglaublich gut. Wir haben hinten einen Fox DPX2 Factory Dampfer, meine Damen und Herren. 160 mm Federweg, alles einstellbar, was man einfach nur haben will. Oder es gibt nichts, was man haben möchte, was hier nicht geht, von der Einstellung her. Unglaublich gut. Unglaublich solide. Auch alles schon auf mein Gewicht angepasst. Das heißt, das funktioniert auch alles so, wie es funktionieren soll. Und vorne, Alter. Oh Gott. Das ist einfach nur ein Traum. Haben wir hier eine Fox 38 38er Factory Gabel mit 170 mm Federweg, Druckzugstufe, alles einstellbar. Kashima beschichtet. Das Fahrwerk, du musst dir überlegen, dass einfach die Gabel und das Federbein mehr kosten als 80% der Pitbikes, die überhaupt irgendwo erhältlich sind. Also, das ist schon alleine wirklich eine Ansage. Aber ich muss auch sagen, ich kann da jetzt nicht so viel urteilen, weil ich bin jetzt natürlich auch keine anderen Fahrwerke wirklich gefahren. Das heißt, für mich macht es optisch einfach einen heidenguten Eindruck, aber fahrtechnisch genauso. Also, du hast Komfort, du hast Federweg ohne Ende. Es macht einfach das, was es machen soll und das ist sehr, sehr, sehr gut. Aber es gibt bestimmt noch irgendwo Fahrwerke, die nochmal besser arbeiten. Das will ich gar nicht sagen, aber auf jeden Fall ist das ein Traumfahrwerk und es macht einfach nur absolut Spaß in der Kombination mit den ganzen anderen Komponenten, die verbaut sind. Einfach nur ein Träumchen. Zum Abschluss des Videos, meine Damen und Herren, kommen wir mal zum Herzstück des ganzen guten Stücks hier und zwar zum Motor. Wir haben hier einen Bosch Performance Line CX verbaut. 250 Watt und 85 Newtonmeter Drehmoment. Und ich kann euch nur so viel sagen, das Ding macht absolut Laune. Ich kann euch kurz auch hier mal das Kiox zeigen bei Gelegenheit, schon mal, wenn es um den Motor geht. Wir haben vier verschiedene Stufen. Eco, Tour, EMTB und Turbo. Und ich kann euch nur so viel sagen, die meiste Zeit fahre ich auf Tour, weil es vollkommen ausreicht. Es reicht vollkommen aus. Ich bin letztens 17 Kilometer rein durch den Wald gefahren zu meinen Eltern und da waren teilweise Anstiege dabei, die es echt in sich hatten. Und wenn du da im Turbo-Modus fährst, du kannst dir sicher sein, dass du einen Wheelie-Leanberg hoch machst und das ist vielleicht nicht die schlauste Idee. Du stehst, hast einen Turbo drin, du dreht es zweimal in die Pedale, bist du bei 25. Also es ist einfach nur unglaublich gut. Also freut euch schon mal auf das erste Fahrtvideo. Das wird es auf jeden Fall auch in sich haben. Ich bin auf jeden Fall sehr hyped. Ich hoffe, ihr auch. 94,9 in nicht mal 5 Stunden. Maximalgeschwindigkeit 52,7, 19,4 Durchschnitt. Und ich fahre eigentlich 95% Gelände. Ja, dann haben wir hier noch ein paar andere Daten, wie viele Kalorien ich seitdem verbrannt habe und so weiter und so fort. Und was die Reichweite jetzt betrifft, kann ich euch auch noch mal eine Sache kurz zeigen. Und zwar schalte ich jetzt mal auf Turbo. Der Akku ist ja fast voll. 40 Kilometer Restreichweite. Also ich finde von den 625 Wattstunden vollkommen ausreichende Reichweite. Ich habe damit keinerlei Probleme. Ich kann hier 6 Stunden am Stück durch den Wald ballern und ich komme immer noch mit Akku heim. Und das solltest du auch, weil wenn du nämlich keinen Akku mehr hast, ich habe es probehalber mal hier so im weichen Boden oder am weichen Boden getestet. Ist ja eigentlich ziemlich eben. Ein paar Wurzeln und halt ziemlich weich. Dicker, ich schwöre dir, wenn du da keinen Motor aktiviert hast, also keine Motorunterstützung eingeschaltet hast, Alter, du fühlst dich, wie wenn du nach 3 Minuten tot bist. Also da merkst du natürlich das Gewicht. Aber so ist es nun mal. Ich kaufe mir ja kein E-Bike, ohne Motor zu fahren. Das macht ja keinen Sinn. Ich kaufe mir auch keine Gummis, wenn ich nicht Sex habe. Wisst ihr, was ich meine? Ja, blöder Vergleich. Ihr kennt mich real behindert, aber so ist es einfach. Das war es dann auch mit dem Video, Freunde. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich denke nicht. Falls ihr noch irgendwas wissen wollt zu diesem Schmuckstück, dann schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich allgemein über Feedback freuen. Freut euch schon mal auf das erste Fahrtvideo mit dem schönen Ding. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr zu dem guten Stück sagen werdet, was ihr an Feedback da lassen werdet. Lasst auch ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann lasst ein Dislike da. Ist mir auch völlig Wumpe. Danke auf jeden Fall für den ganzen Support. Kostenlos abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wäre auf jeden Fall auch ein Träumchen Support ist. Kein Mord. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer Enduro Rules oder neuerdings MTB Rules. Aber gleich mal so viel dazu, bevor ich es vergesse und andere Leute vielleicht spekulieren, ob überhaupt ich noch mal Moped fahren werde und was mit meiner KTM ist und so weiter und so fort. Mit meiner KTM ist alles gut. Die steht super gepflegt, sauber in der Garage. Ich war aber halt einfach schon lang nicht mehr auf Strecke, weil immer irgendwas dazwischen kam. Wenn ich wieder auf Strecke bin, was dieses Jahr auf jeden Fall noch passieren wird, nicht nur einmal, dann kommt natürlich auch wieder ein Motorvlog, Freunde. Keine Sorge. Bis dahin. Macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.